Mit Lob an Nachfolger-Kompagnie, Hoeneß stichelt gegen Tuchel. Nach einer titellosen Saison ist der FC Bayern hungrig auf Erfolg. Uli Hoeneß nutzt ein Ehrenbezeigung für Vincent Kompagnie sogar zu der Stichelei gegen Thomas Tuchel. Rottach Egan, nach der ersten Saison-Bartitelgewinn seit 2012 ist der Ehrgeiz bei dem FC Bayern München überlegen wie je. sich den Branchenprimus in dem deutschen Fußball zu behaupten. Hinzu kommt jene Blick auf ein potenzielles großer Augenblick der kommenden Saison, ein Entscheidungsspiel der Hoam. München wird in dem Mai 2025 Gastgeber des Champions League-Endspiels sein. Uli Hoeneß ist bretthart davon überzeugt, dass aufrecht jene enttäuschende letzte Saison eine besondere Interesse für jene Profis des FC Bayern darstellt. Unsere Spieler sind alle ziemlich sauer und wollen beweisen, dass es ein Entgleisung war, äußerte der Klubpatron nebst einem Sponsorentreffen in Rottach Egan. Besonders aufbauend für ihn ist der positive Eindruck, den Vincent Kompagnie hinterlässt. Uli Hoeneß sieht nebst Vincent Kompagnie etwas, welches uns gefehlt hat. Die Wahl des Belgiers den neuer Cheftrainer war ein mutiger Hosenschritt des Rekordmeisters. Aufgrund dessen jene teils ungeregelt wirkende Suche hinter einem Nachfolger für Thomas Tuchel zu beenden. Hoeneß hat in den ersten Wochen insbesondere jene Präzision des neuen Trainerteams zu schätzen gelernt. Da wird gearbeitet und dasjenige ist etwas, welches uns gefehlt hat, so der langjährige Manager. Dass Hoeneß mit besagten Aussagen Beanstandung an Tuchel übt, ist eher denn naheliegend. Auf eine entsprechende Anfrage antwortete er, im Allgemeinen meine ich dasjenige, welches ich sage. Ich würde sagen, es ist zu schwach gearbeitet worden. Es wurden nur gearbeitet, aber virtuell nicht tiefgehend genug. Es ist nicht dasjenige erste Mal, dass Hoeneß Tuchel kritisiert. Beendigung April fühlte sich Tuchel wenn schon in seiner Trainer-Ähre verletzt, dementsprechend Hoeneß ihn gerade vor dem Champions-League-Vorschlussrunde gegen Real Madrid abgewatscht hatte. FC Bayern zurück auf Meisterkurs? Tuchel hatte von ihm zu einem Beendigung seiner Amtsdauer betont, dass insbesondere jene hohe Menge an Verletzungen einen Größenverhältnis an dem schlechten Abschneiden in der Bundesliga hatte. Die Saison war für den FC Bayern in dem Februar regelrecht aus dem Paddel gelaufen. Im Entscheidungsspiel der Spielzeit wurde der Rekordmeister wenn schon von dem VfB Stuttgart überholt.